Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display. Mein Name ist Imaron und heute spielen wir mal Star Wars Battlefront 1. Und zwar die Einzelspieler-Kampagne. Ich würde gerne mit dem Klonkriege beginnen. Ich habe das jetzt noch nicht gespielt. Ich habe das früher mal gespielt, als ich jünger war. Kann das ehrlich gesagt nicht. Ich werde jetzt versuchen, mich zu bessern. Ich habe hier auch noch nichts freigeschaltet, weil ich das erst vor ein paar Stunden von Yasha, einem Kollegen, hier ausgeliehen bekommen habe, das ganze Spiel. Aber ich gucke mal, wie ich mich anstelle. Die Schlacht von Naboo. Der Aufwärter auf Naboo hat es gewagt, eine Armee gegen uns zu formieren. Ziehen Sie mit einer Legion ins Feld und löschen Sie alle aus. Okay, alle auslöschen. Die gunganische Armee versucht, die Stadt Tee zu befreien. Zerstören Sie ihre mobilen Schlittgeneratoren, indem Sie alle vom Bars eliminieren. Löschen Sie die gesamte gunganische Armee aus. Äh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das sind diese Jar Jar Binks-Typen, ne? War das nicht die? Das, genau die, genau die da. Die, die meine ich. Ja, mal gucken. Okay, da wurde ich gerade tatsächlich aus der Aufnahme kurz gekickt. Das tut mir leid. Ähm, eben mal zur Erklärung. Wir haben ja zu Anfang diese vier Leute, die wir auswählen können. Kampf-Druide, Zerstörer-Druide, Pilot-Druide und Scharfschützen-Druide. Ich will allen überzeugen. Ich fange mit Kampf-Druiden an. Ähm, das sind unsere Punkte. Das sind die Punkt der Gegner. Das sind unsere Basen, die Grünen. Das sind die der Gegner. Und weiß kann man noch einen nehmen. Und auf der Karte unten links sind wir halt unsere Leute und jeden Leuten. Das ist nicht so. Und einer verdäht. Ja, schtet ihr. Ich habe mich gelötet. Ich will so ein Ding benutzen. Äh, schtet. Nee, das hat die Karte. Äh, ich stehe ab. Boah, ich bin gut. Äh, sind die noch in die Karte? Welche? Nein. Oh, was war das? Oh Gott. Äh, ich will mal zur Feindlichen Basis-Anterstellung. Ich bin fertig. Es läuft. Der hat eine Granate gemacht. Er rollt sich weg. Das kann ich aber auch. So, ich will zur Basis. Ich will die einnehmen. La 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 la. Alolo la 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 la. Der hat alle töten. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ich kann auch nicht reinschießen. Das ist so ein Ding. Ich habe dieses Ding. Ich habe dieses Ding. Und ich kattet das nicht. der hat mir war sogar ich will der hat genauso wie der von eben als zweiter für dieses ding hier er kann hatte steht okay das sieht gut aus für pilot druide hat so dann habe ich habe ihn getötet und auch wieder so dinge aufbau das lösen das ist ein blösser geil geht mag ich der tüte sie alle so viele granaten warum schießt das dinge so oft wo ist er weil ich irgendwo ja danke zeit noch nicht schadet brüder also so geht das wusste ich jetzt gerade noch nicht wieder an so mich als mir gedacht den nehme ich mit ich bin ja nicht so schlecht in diesem spiel ich kann das volk er kommt doch er ja so seid ihr los ich kann auch so viele geben wir hören herr schock herr schock und auch herr schock das ist eine gute taktik schön weit weg von sorry habe ich jetzt mein freund getroffen ich will jetzt mal so eine hat es ein hallo 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 ich wollte schießen 102 72 das läuft doch ganz bleibt mal bei dem scharfschiffstruinen ich will so dreckiger camper werden ich will auch so die reichung auf solche dinge hat ich will sonst auch jetzt her da 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 hallo du auch du auch steht hallo hallo stirbt ich töte leute ich bin schon ich will jetzt nehme ich die wasser stirbt hier kann ich halt nein ich wollte mich halten kann man gar nicht mit rechtem aus dass wir das war nur bei halo so und wir haben gleich hochkommt ja junge wirklich abschließen oder was verstehst du da so ich bin ja nicht egal ich hab hier so richtig das ist die könnte ja immer noch sporen bei diesem den er sei es ein gewisses wir haben das geht ja ziemlich lang direkt sieht er die anzeige aus dem auf 2 da ist einer da habe ich ihn im lauf erledigt ich will sie noch einnehmen bitte töten lassen nicht bitte töten lassen nicht was ist das überhaupt doch der lotter oder ich will das einnehmen für seine so jetzt wird der punkt schon mal nicht mehr ihnen aber jetzt richtig lalala sieg und ich glaube ich habe da ziemlich viel zu beigetragen also ich finde mich gar nicht so schlecht hier war 32 und getötet und 5 selber gestorben auszeichnungen ich bin panzerkiller was zählten diese laufding als panzer keine hahnung abschlussorgie überlebenskünste habe ich auch fertig versuchen sie zurück zu erobern während unsere hauptmacht die gungana bekämpft sie müssen die stadt unbedingt halten so jetzt ich habe mitbekommen hier war ein kleiner schnitt das tut mir leid aber irgendwie stürzt fraps ab wenn ich hier was neues starte das ist ziemlich komisch deswegen werde ich jetzt immer fraps einfach ausstellen und dann wieder anmachen wenn ich im spiel bin aber das wollte ich eben zeigen die kündigliche garde von abu startet eine aufstelle enttet also ist jetzt die zweite mission halten sie statt um jeden preis setzen die gaps zu ihrem vorteil was sind gaps ich weiß es nicht egal und wir sehen uns dann gleich im spiel so da wären wir auch schon wieder und ich weiß auch was gelb sind das sind vielleicht die droide kassier kann das sein die zeige ich mal kurz sie können so laufen rechts im schild den die aktivieren können der auch nicht ewig hält und sie können sich so wollen wir können aber leider ohne schild nicht so viel aus ich möchte mal mein scharfschutzendroiden wieder haben so dick nehmen das will ich haben das will ich sagen ich will damit so ja da kommt mal her ach 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 ich kann es nicht mehr geil ach 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 ich kann nicht so nicht so ich kann auch nicht so viel schaden zu machen ich steige gleich aus und rechts mein schaden hat sich zu ach die der ist auch schon doch hallo äh hallo ok lad noch was nach oh 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 hallo 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 aufladen sagen ich kann noch ein schuss auf gott okay wir haben das dinge verloren das würde ich mir nicht wieder kommen naja auf jeden fall führen wir haben so wirst du da hinten auf der karte da geht immer jemand das ding hier oder das das nehme ich mir auch hin zu kommen das ist auch geil das ist ein pferd und den jetzt aber übernommen wo er gegen mich hallo 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 ich kann ich gerade auszielen hallo 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 Achso, da muss ich nicht mehr auf den Blut voll schießen. Oh, oh, der Raketenwerfer. Ich schieße ihn doch ab. Oh, ich hab ihn übergefahren. Ja, hallo, hallo. Äh, hallo. Mann, es gibt so viele Kills. Alles kaputt. Oh, da kommt auch noch so ein Ding. Wir nehmen uns einfach mal das Ding ein, oder? Würde ich sagen. Ja, ich schieße ihn doch ab. Komm. Schön. Genau. Da war die da. Und die war, fahren wir mal. Ach. Die war wahnsinnig lang. Egal. Ich wollte die nahe nehmen. Hallo. Kann man ein bisschen locker hier und fahren alle über den Haufen. Spiderschlaf 2021 Ach, stirb. Jetztabہ fertig. Die Monitoring einräumen Schlaf. Ach, der lässt sich einem Die sieht doch aus. Sieht das überhaupt? Ich glaub nicht. Ja, hier, Raketenwerfer. Mach ihn fertig. Da bin ich. Viel Glück bei dir.